Ja moin zusammen, super, dass ihr auf den Donnerstag wieder dabei seid und das heißt Bundesliga-Boomab, 12. Spieltag, die Länderspielpause ist endlich vorbei und die deutsche Nationalmannschaft ist komplett gebrochen, das gilt es heute zu besprechen im Buschi-Weihnachtsstudio und wenn ihr besinnlich sein wollt, lasst ihr gerne noch einen kostenlosen Sabo und einen Daumen nach oben auf diesem Kanal da, dann bringen wir den auch voran noch kurz vor Weihnachten. Ja und jetzt starten wir rein mit dem Aufreger der Woche und der Aufreger ist natürlich die deutsche Nationalmannschaft in zwei Prestigeduellen gegen die Türkei und gegen Österreich. Hättest du so ein bisschen wieder das Feuer der Fans entfachen können mit leidenschaftlichen Leistungen, zumindest mal keine Niederlage oder am besten noch einen Sieg, was hast du bekommen? Ein 3-2 gegen die Türkei und ein 2-0 gegen Österreich. Gegen die Türkei bist du gut gestartet, gegen Österreich war es bodenlos. Ja und ich glaube einen tieferen Tiefpunkt hatten wir bis jetzt noch nicht in der deutschen Nationalmannschaft. Wenn Nagelsmann schon davon spricht, dass die deutschen Tugenden fehlen, der ist eigentlich immer sehr, sehr taktisch analysiert, dann weißt du, wie es um die deutsche Nationalmannschaft steht. Ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Jahren hieß es immer, ja wir müssen uns auf die EM vorbereiten im eigenen Land, da muss eine Mannschaft für entwickelt werden und guck dir die Mannschaft an, die jetzt spielt, es sind doch immer noch die komplett gleichen Spieler, die die WM 2018 verkackt haben, die letztes Jahr die WM verkackt haben, die die Europameisterschaft nicht ordentlich hinbekommen haben und du stehst vor dem Scherbenhaufen. Jetzt bist du halt da, jetzt hast du noch glaube ich ein oder zwei Länderspielpausen und dann ist schon die EM und ich kann mir nicht vorstellen, wie man das Ruder nochmal rumgerissen bekommt und ich bin niemand, der immer auf die Nationalmannschaft rumhackt. Ich würde mich gerne wieder für diese Nationalmannschaft begeistern können, aber es fällt mir unheimlich schwierig, wenn du je Woche für Woche siehst, wie Rüdiger eine Nationalmannschaft spielt, das ist ein anderer Spieler als wie bei Real Madrid, dann hast du einen Süle, einen Mats Hummels, einen Tah, die seit Jahren, also Tama ausgeklammert, aber die seit Jahren keine Leistung mehr in der Nationalmannschaft bringen, dann hast du keinen Linksverteidiger, du hast es seit Jahren nicht geschafft, einen vernünftigen, stabilen Linksverteidiger auszubilden, du hast mit Henrichs eigentlich einen ordentlichen Verteidiger und man muss einfach auch sagen, Gündogan, den Kimmich, den Goretzka spielen auf der 6 und 8 seit Jahren nicht ihre, bringen nicht ihre Leistung, das funktioniert einfach nicht und da musst du, glaube ich, einfach auch sagen, okay, Jungs, ihr habt jetzt seit, ihr habt schon zwei WM ist verkackt, ihr seid jetzt einfach raus, dann spiele ich lieber mit einem Pascal Groß und einem Andrich und einem Musiala und einem Würz in den Halbräumen und stell Völkug vorne rein, weil das bringt nichts, entscheidend kriegen die Jungs sich nicht motiviert, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen und das geht schon seit fünf Jahren so, was willst du denn da noch machen? Und mir tut es unheimlich leid für die Fans, weil du hast im nächsten Jahr noch einmal so eine wirkliche Heim-EM in Deutschland, alles in einem Land und das wird es wahrscheinlich nie wieder geben, weil sonst in den nächsten EMs werden wahrscheinlich über ganz Europa verteilt sein und es ist einfach nochmal eine einmalige Gelegenheit, sowas werden wir alle nicht mehr erleben und es ist traurig, traurig, dass der DFB und die deutsche Nationalmannschaft es nicht hinbekommt, da eine vernünftige, schlagkräftige Mannschaft hinzustellen und wie gesagt, ich würde einfach dann lieber mit Spielern spielen, ja, die motiviert sind oder das einzige Turnier, was war das, was gut war, war der Konfett-Cup, wo wir mit einer komplett anderen Mannschaft gespielt haben, wer war dabei? Lars Stindl hat den Konfett-Cup gespielt, war glaube ich vor der WM 2018, denn Armin Younes war dabei, denn Ter Stegen im Tor, das war der einzig vernünftige Turnier und da waren die ganzen Grazien nicht dabei, ja, Fakt, so traurig wie es ist, machen wir mit positiven News weiter und es ist wieder Spieltag, es ist wieder Spieltag, Bundesliga-Spieltag, der Zwölfte, und da freuen wir uns natürlich richtig drauf und wo wir uns auch drauf freuen können, dass der FC wieder ordentlich auf den Sack bekommt mit 4-0, ja, und ich glaube, dass Köln, wenn sie nicht im Winter nachlegen, aufgrund der Offensive mit Tegges, mit Selke, mit Waldschmidt, ist das für mich, glaube ich, fast mit Darmstadt definitiv die schlechteste Bundesliga-Offensive von der Qualität her und da reicht es beileibe nicht für den Bundesliga-Klassenhalt. Also ich glaube, das muss man so nüchtern analysieren, dass da die Qualität, gerade auch gegen Mannschaften, die auch unten drin stehen, wenn ich mir die Offensive von Heidenheim angucke, mit Kleindienst, Beste, Dingchi, ist das eine ganz andere Qualität als das, was bei Köln ist. Und so werden wir leider, leider im nächsten Jahr kein rheinisches Derby mehr erleben, ich sage das nicht aus Spaß, sondern ich mag Derbys, ich liebe solche Duelle als Gladbach-Fan und ich fände es schade, wenn der FC absteigt. Das sage ich offen und ehrlich, aber ich glaube, da wurde viel Mist gebaut, gerade in der Kaderzusammenstellung, reicht das beileibe nicht und gegen Bayern werden sie keine Chance haben. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ja, und dann kommen wir zum Borussen-Duell und da ist es ein Duell der Gegensätze, muss man schon sagen. Dortmund gerade in der Bundesliga auf dem absteigenden Ast. Sie hatten jetzt die Saison noch nie überragend gespielt, haben aber die Punkte geholt, das lässt langsam nach. Gegen Bayern richte ich einen auf die Mütze bekommen, in Stuttgart eigentlich auch keine Chance gehabt. Und bei meiner Borussia ist es halt so, dass wir uns in den letzten Spielen deutlich verbessert haben. Die Spiele wurden immer besser, vier Spiele ungeschlagen jetzt. Ja, und wir haben, glaube ich, auch einen richtigen Trainer. Wir haben auch eine qualitativ gute Truppe. Dortmund, natürlich, in Dortmund muss man nicht drum herumreden, hat auch Qualität. Aber ich glaube, gerade diese Spitzenqualität, wie es Bayern hat, wie es Leverkusen hat, wie es mit Abstrichen auch noch Leipzig hat, hat Borussia Dortmund diese Saison nicht. Und ich glaube schon, dass Gladbach eine Chance hat. Wenn man die ersten 20, 25 Minuten in Dortmund überstehen sollte, und eigene Akzente setzt, glaube ich, dass wir gerade mit unseren schnellen Spielern, mit Schwanscherer, wenn Ngumbo auf dem Platz ist, Onno Ra, die relativ behäbige Innenverteidigung aushebeln können und dass wir was entführen können in Dortmund. Und ich gehe mit einem 2 zu 1, Jordan macht das 2 zu 1 für Borussia in der Nachspielzeit mit einem Lucky Punch. Und das wäre dann, glaube ich, das Ende für Edin Terzic. Ich würde mich mal darauf festlegen, wenn Borussia ein oder drei Punkte holt, ist es das Ende von Edin Terzic bei Borussia Dortmund. Darauf würde ich mich mal festlegen. Und dann geht es weiter mit Union Berlin. Union Berlin, ja, das Ende von Urs Fischer. Bin mal gespannt, wie sie hier gegen Augsburg dann auftreten werden, ob dann ja so eine, ja, jetzt erst recht Reaktion kommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es gegen starke Augsburger reicht. Jesse Torrup hat die Mannschaft von Augsburg wieder hinbekommen. Ich finde auch, Augsburg hat eine gute Offensive mit Tietz, mit Belio, mit Demirovic haben die da. Ja, gute Jungs, machen viele Tore auch. Ja, viele Tore jetzt nicht, aber 20, das ist schon ordentlich. Und es ist eine stabile, eingespielte Mannschaft der FC Augsburg. Ich glaube nicht, dass das für Union für drei Punkte reicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie noch weiter verlieren und holen dann schon den Punkt irgendwie zu Hause. Ja, Freiburg gegen Darmstadt, da hoffen wir natürlich alle, dass der Frau von Lieberknecht wieder besser geht nach dem Schlaganfall und weiterhin gute Besserung. Grundsätzlich glaube ich aber auch ähnlich wie bei Köln, dass bei Darmstadt gerade die Offensive qualitativ nicht für die Bundesliga reicht. Haben erst ein Stürmer-Tor mit Wilhelmsson gemacht, der Rest kam aus einem Mittelfeld- und Abwehr. Und das reicht nicht für die Bundesliga. Und Freiburg, da muss man fragen, ob sie diese Saison mal eine Saison unter ihren Erwartungen spielen oder ob es einfach mal eine normale Saison ist für Freiburg. Wenn sie um Platz sieben bis zehn mitspielen, grundsätzlich eine bockstarke Mannschaft. Einen hoffnungsvollen Keeper mit Artobolu, der noch seine Fehler macht. Auch Gintalin hat eine Top-Innenverteidigung, Cedillia auf rechts mit Gregoritsch und Höhler eine sehr, sehr gute Offensive. Dohan, Grifo, das passt alles und ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass Freiburg zu Hause da was liegen lässt. Ich gehe da mal mit einem 2-0. Dann Wolfsburg, die gegen meinen Borussia eine richtige Rutsche bekommen haben mit 4-0. Ja, das zweite Jahr von Kovac ist immer schwierig und das sieht jetzt auch wieder so aus. Ich hoffe einfach, dass Kovac noch das Achtelfinale vom DFB-Pokal machen darf und dann entlassen wird. Das würde nämlich bedeuten, dass Gladbach ins Viertelfinale einziehen würde gegen RB Leipzig. Wolfsburg hat RB Leipzig im Pokal schlagen können, ich glaube aber jetzt in der Bundesliga wird es nicht mehr reichen. Und auch das Ende von Niko Kovac naht. Da würde ich mich auch drauf festlegen, Freunde. Da würde ich mich auch drauf festlegen. Und wo ich mich auch drauf festlege, dass Bremen gegen Leverkusen das torreichste Spiel an diesem Spieltag wird. Beide mit guten Offensiven, dafür Bremen mit einer schwachen Defensive. Leverkusen hat ein bisschen Probleme, wenn es eine Schwachstelle gibt bei hohen Bällen. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen bis zum Januar, also bis zum Afrika Cup, wenn dann plötzlich Kusunu, Tabsobar, Boniface fehlen, Punkte liegen lässt. Aber ich glaube auch, dass Bremen mit Boré, Dux, Bittencourt vorne was bewegen wird und dass es ein 3 zu 2 für Leverkusen gibt. Und damit das torreichste Spiel des Spieltags wird. Frankfurt, Stuttgart. Frankfurt ist wirklich eine sehr, sehr, also extrem starke Defensive. Mit gerade mal elf Toren sind sie Ligaspitze, also mit an der Ligaspitze. Nur Bayern hat weniger Tore kassiert. Offensiv wird es immer besser mit Mamouche, der wirklich eine überraschend gute Rolle spielt, muss ich zugeben. In Gangkamp noch gar nicht. Stuttgart, Gerasi-Comeback. Aber ich glaube nicht, dass Stuttgart auswärts in Frankfurt gewinnt und würde da auch mit einer Punkteteilung gehen. Mit einem 1-1 Heidenheim gegen Bochum. Schon auch wieder so ein Abstiegskracher. Aber ich sehe, ich habe mir letztes Mal wirklich... Dingchi hat schon fünf Saisontore. Da war ich komplett überrascht, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Dann Kleindienst, Beste mit, glaube ich, Teuerkauf und Meloni. Richtiger Abwehrkämpfer da auf der Sechs. Abräumer. Mir gefällt einfach die Mannschaft von Heidenheim. Von der Zusammenstellung her. Einen guten Trainer mit Frank Schmidt, glaube ich, heißt er. Das passt einfach alles. Bochum sehe ich schon noch über Darmstadt und Köln. Aber dann können sie es auch für die Relegation diesmal nur reichen. Aber auch einen guten Trainer mit Leitsch. Ich glaube mir aber, dass es in Heidenheim nicht reichen wird und sie 3-1 verlieren würden, weil ich Heidenheim gerade in der Offensive stärker sehe. Und Hoffenheim gegen Mainz. Ja, Hoffenheim mit einer starken Offensive dieses Jahr. Matarazzo kriegt das wohl hin. Viel, viel Qualität, muss man sagen. Hat Hoffenheim schon im Kader. Aber Mainz, ja, einen neuen Trainer. Leipzig geschlagen. Ich glaube nicht, dass Mainz in Hoffenheim gewinnen kann. Aber womöglich einen Punkt holt. Nennt 2-2. Nennt 2-2. Und dann würde die Bundesliga-Tabelle wie folgt aussehen. Köln bekommt die rote Laterne von Union und Union Berlin, rückt ein bisschen auf. Darmstadt belegt dann die Relegation. Ich glaube auch, dass Darmstadt noch hinter Union Berlin rutscht und auch Bochum noch die Relegation. Also wenn ich jetzt an der aktuellen Saison stand, glaube ich, dass Darmstadt Letzter wird, Köln 17er und Bochum die Relegation belegt. Dann wird es knackig bis Platz 10. Ich hoffe, dass Main und Borussia sich so von Platz 7 bis 10 so ein bisschen festigen kann in den Bereichen. Wird schwierig jetzt mit Dortmund, dann Hoffenheim. Schwierige Spiele. Ja, und vorne bleibt es, glaube ich, spannend. Also Leverkusen sehe ich aktuell nicht, dass sie Punkte liegen lassen. Bayern bleibt dahinter jetzt erstmal. Dann Leipzig. Ich kann mir vorstellen, dass Dortmund dieses Jahr nicht in die Champions League kommt. Wenn sich da jetzt wirklich nicht drastisch was ändert oder man im Winter nochmal nachlegt oder, keine Ahnung, der Trainer-Effekt wirkt, dann wird Dortmund sich womöglich nicht für die Champions League qualifizieren, weil ich Stuttgart da schon auf Strecke traue, dass sie besser performen können als der BVB. Und jetzt bin ich auf eure Tipps gespannt, so kurz vor Weihnachten. Ich wünsche euch ein super Wochenende. Wir hören uns dann morgen auf dem Hauptkanal zur richtigen Analyse BVB gegen Borussia Mönchengladbach. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr den Kanal und natürlich auch auf dem Hauptkanal immer vorbeischauen. Abo da lassen. Macht's gut. Ciao.